Hallo lieber Quiz-Fan! Heute geht's um die folgende Frage. Was macht man mit 404-Fehlerseiten? Leitet man die am besten auf die Startseite weiter? Was meinst du? Ist diese Aussage wahr, ja man leitet es auf die Startseite weiter oder falsch? Nein, das macht man nicht. Wie war das nochmal mit den Weiterleitungen? Was passiert mit 404-Fehlern? Was ist da gleich die beste Lösung? Gibt es ein SEO-Best Practice? Egal, jetzt steht die Entscheidung an. 4, 3, 2, 1.